Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit TheGrowl und diesmal sogar wirklich mit Let's Play und nicht wie letztes Mal mit Let's Show Minecraft Server und ich würde mal sagen, auf geht's! Und das erste Mal wieder mit Musik! Oh yeah! Ja, ich weiß, dass es Let's Jam Play nicht gefallen hat, aber ich persönlich, ich habe echt gemerkt, ohne Musik penne ich bei Minecraft wirklich weg und gleich muss ich auch nochmal was zu Minecraft erklären. So, wie ihr hier seht, ist das nicht unsere Welt. Das liegt daran, dass mir Windows abgekackt ist, also ich habe keine Ahnung, ich habe mir irgendwo irgendwie ein Virus geholt und immer, wenn ich den PC gestartet habe, Windows Explorer reagiert nicht. Windows muss neu gestartet werden. Das kam zigtausendmal und irgendwann musste ich dann eben halt Windows neu installieren, weil es gar nicht mehr ging. Ja! Und ich hoffe, dass die Musik jetzt nicht zu laut ist. Ehrlich gesagt ist sie auf meinem Ohr scheiße laut. Aber letztes Mal, als ich Minecraft aufgenommen hatte, war die so scheiße leise, deswegen habe ich jetzt was lauter gedreht. Also in der Aufnahme war die so scheiße leise. Und natürlich, wie ihr hier seht, cheaten wir. Wir können das auch so wieder ausschalten und so. Ach, jetzt haben wir, ah, diese Single... Ah, nee. Oh, gut. Ähm, das wird natürlich nicht dauerhaft so sein. Äh, das habe ich jetzt nur so lange gemacht. Na los. Bis wir wenigstens hier unser erstes Kackhaus wieder stehen haben. Unsere erste Kackbutze. Weil ich wirklich jetzt gar keinen Bock habe, das alles neu zu machen. Per Hand und ohne Cheat. Und wem das eben halt nicht gefällt, dem gefällt es halt nicht. Der guckt die Minecraft-Videos eben halt nicht. Aber mir persönlich, ich bin jetzt viel zu faul, das alles neu zu machen. Ich cheate einfach. So sieht es aus. Egal, ob euch das gefällt oder nicht. Ja. Sonst, das wird jetzt auch nur ein paar Folgen so sein. Wird jetzt nicht immer so sein. Keine Sorge. Immer cheaten, fände auch ich scheiße. Ja, und eben halt haben wir hier einen Mod drin, mit dem wir den Creative-Mode wechseln können. Und einen anderen. Ah. Schlauheit lässt grüßen. Wenn man hier zum Beispiel den ersten Punkt zettet. Und hier. Na, bau hin. Zum Beispiel den zweiten. Na, na, fette. Na, los. Hallo. Äh, ja. Das will er jetzt irgendwie nicht. Na, los. Hallo. Egal, dann eben umgekehrt. So. Klappt das? Ja. Und dann eingeht zum Beispiel Flash, Flash, Set, äh, 5. Dann ist da Holz. Vom ersten bis zum zweiten Punkt. Und dann eingeht Flash, Flash, Set, 0. Oder so ist das eben halt weg. Diesen Mod werde ich jetzt erstmal benutzen. Und auch diesen Creative-Mode-Wechsel-Mod. Weil das sonst alles zu lange dauern würde. Und dieses Haus hatte ich natürlich schon angefangen. Aber in einer Aufnahme, äh, wo das, äh, wo Audio nicht aufgenommen wurde. Und das geht ja dann gar nicht. Hier kommt Dingens. Und wem das eben halt nicht gefällt, der guckt eben erst ab dann, wo ich dann nicht mehr cheatle. Oder guckt eben halt gar nicht. Damit hab ich dann auch kein Problem. Ist dann halt so. Aber ich will hier ja auch mal meinen Spaß haben. So sieht's eben halt aus. Und ich mach das ja nur aus Spaß. Und nicht um irgendwie 10 Milliarden Klicks zu kriegen, die ich eh nicht kriegen werde. Also ist sowieso egal. Aber mich würde trotzdem auch eure Meinung interessieren. Ob ihr das jetzt persönlich mit dem Cheaten so gerechtfertigt findet. Wenn nicht. Na. Ja, wenn die überwältigende Mehrheit jetzt wirklich sagt. Hey, Cheaten ist voll der Scheiß. Das ist nur was für Loser. Scheiß drauf, wenn dein Windows abgeschmiert ist. Damit musst du leben. Dann hör ich damit auf. Aber so lange, bis da nicht irgendwelche Kommentare kommen, cheate ich eben halt. Und auch nicht nur, wenn einer irgendwie schreibt, Cheaten ist voll der Scheiß. Sondern wenn, sagen wir mal, drei schreiben, Cheaten ist voll der Scheiß. Hör ich auf zu cheaten. So sieht's aus. Und ich hoffe, dass die Musik jetzt nicht zu laut ist. Ah, ich muss auf die Aufnahmezeit achten. Letztes Mal hatte ich so eine 48 Stunden, äh 48 Stunden, 48 Minuten Aufnahme. Ei, ei, ei. Das Rendern, das hat Jahre gedauert. Mit dem Server, wo ich aufgenommen habe. Alter, da wär ich bestimmt drei Stunden am Rendern. Und das geht ja gar nicht. Und da musste ich das noch schneiden. Und beim Schneiden hat er es dann nochmal neu gerendert. Unnötigerweise was. Und dann hat das Schneiden auch noch fehlgeschlagen. Habe ich mir noch ein Schneide-Programm geholt. Das hat dann irgendwie zehn Minuten gedauert, das zu schneiden. Und hat auch super funktioniert. Was nix mit diesem, äh, wie heißt das, zu tun hat. Äh, Camtasia Studio 7. Naja, aber man kann halt nicht alles haben. Na, komm, Baus, vernünftig. Und wenn man die Treppen settet. Moment, das kann ich dir auch mal ganz kurz zeigen, warum ich die Treppen nie sette. Dann haben wir mal von hier. Ne, da muss dann noch einer. Hier. Bis, sagen wir mal hier, so. Schnell nachgucken. Was Holztreppe für ID ist. Holztreppe. 53. Okay. Ähm, dann. Slash, Slash, Set. 53. Passiert genau das. Deswegen sette ich nie Holztreppen. Slash, Slash, Set. Null. Weg damit. Häm. Ach so, ja, ist richtig. Häm. 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 Jetzt regnet's auch noch. Kann ich hier vielleicht mit too many items in Regen. Off. Hallo? Regen. Rain is on. Off. Ah, Rain ist jetzt off. Gut. Kein abgefuckter Regen. Häm. 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 Ich hoffe ernsthaft, dass das auf YouTube nicht so scheiße laut ist. Auf meinen Kopfhörern ist das ja jetzt echt scheiße laut. Oh, da krieg ich ja Ohrenkrebs. Alter Schwede, ist das laut. Hoffentlich ist das in der Aufnahme nicht so scheiße laut. Und hoffentlich hört man Minecraft überhaupt noch. Moment. Ich geh mal eben in den normalen Game Mode. Ist Minecraft der Sound überhaupt on? Nö, da hört man jetzt gar nichts. Zumindest auf meinem Ohr höre ich jetzt gar nichts. Egal. Und ich habe endlich diese automatisch Weiter-G-Funktion bei der Playlist aktiviert. Zum Glück sind wir hier im Creative. Sonst hätte ich ja hier schon Jahre für gebraucht. Vor allem so oft, wie ich das faile. Obwohl, ja, scheiß auf das Dach. Das Dach interessiert sowieso niemanden. So, machen wir lieber Räume. Von hier bis hier, sagen wir mal, ne? Von Dö. Bis, wo ist die Hälfte? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, eins, zwei, eins, drei, eins, vier, eins, fünfzehn, sechsundzwanzig. Äh, sechsundzwanzig durch zwei sind dreiundzwanzig. Äh, dreizehn, dreiundzwanzig. Hämpa, hämpa. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Hier. Hier müsste dann die Tür sein. Und bis hier müsste dann die Wand gehen, ne? Ich weiß das nicht. Bis da so. Flech, flech, set, fünf. So ist das dann richtig. Oh, ich hab's gefailt. Sogar häppig. Oh. Ah, neun. Steck fest. Lass mich hier raus. Raus. Will raus. So. Und dann von da. Bis da. Flech, flech, set, null. Weg. Ist jetzt richtig. Ja, das kann ja bleiben. Aber dann ist der Gang so klein. Nee, das geht nicht. Los, 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 los. Mach's weg. Ah, ich bin so schlau. Ich hätte auch das World Edit jetzt benutzen können. Egal. Egal. Ich krieg hier gleich ein Uptitscher, ey. Okay. So. 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 Machen wir erstmal den verkackten Boden. von hier. Von hier. Und jetzt ziehen wir Wände. 13 war die Hälfte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Müsste dann hier sein und da dann Tür. Schlech, schlech, set, fünf. Und dann müsste hier Wand sein. Ja, oder? Doch. Doch. Ich glaub so. Nein. Manches hat sich aufgehangen. Egal. Aufnahmeteit ist sowieso vorbei. Und dann tschüss. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal.